Es gibt viel, sehr, sehr viel zu besprechen und lasst uns deshalb keine Zeit verlieren und direkt anfangen mit diesem Wettervideo hier am Dienstag. Herzlich willkommen an alle und Dankeschön an Lotte aus Wien für dieses wunderschöne Bild hier im Hintergrund. Das wurde letzte Woche aufgenommen, dort wo denn eben noch der große Schnee gefallen ist, gerade durch die Tiefs im Südosten Deutschlands und halt eben auch Österreichs. Ja, wir fangen an mit der aktuellen Wetterlage und es geht heute ganz primär auch um den Blitzeis Donnerstag und da kann es durchaus was geben, gerade in der Nacht und am frühen Morgen. Da müssen wir mal genauer gleich rauf schauen. Das ist mal die aktuelle Wetterlage, dann für den Donnerstag bzw. in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag jetzt 1 Uhr nachts hier. Hier in Rot ist Deutschland eingezeichnet, wie eigentlich immer und wir sehen hier quasi so eine kleine Austrogung, eine erneute Austrogung könnte man sagen. Wir haben ja gerade diesen Kaltlufttropfen, der hier noch über Italien und den Mittelmeerraum sich in seine Kreise dreht. Jetzt aber doch ein neuer Trog diesen Kaltlufttropfen wieder aufnehmen möchte und sich wieder verbinden möchte, was auch geschieht. Und diese Front, die dann reinkommt, die kann eben gerade im Nordwesten ziemlich für Unruhe und für Unfug sorgen. In der 1500 Metern Höhe sehen wir auch so um und bei 0 Grad im äußersten Nordwesten, da wo die Front reinkommt. Das reicht eben nicht, teilweise nicht für Schnee, sondern eher für gefrierenen Regen, Blitzeis und dann eben auch nur noch Regen im weiteren Verlauf. Wir schauen mal genauer rein und zoomen mal rein jetzt für 22 bzw. 23 Uhr abends, morgen Abend am Mittwoch. Und da sehen wir eben diese Front, diese Linie eben im äußersten Nordwesten schon ankommend des Niersachsens, Bremen und auch Schleswig-Holstein. Da sehen wir, da ist sie eben schon aktiv und das sind blaue Farben oder beziehungsweise grüne Farben sogar. Das bedeutet, es ist Regen und kein Schnee. Schnee gibt es höchstens im äußersten Westen des Landes des NRWs quasi. Da könnte man theoretisch von Schnee ausgehen am Anfang. Und dann auch in der weiteren Nachthälfte, in der zweiten Nachthälfte, da sieht es aus, als würde es am Anfang nach dem Eikenlauf zumindest immer mal wieder Schneefall geben können. Hier, es geht dann hoch bis nach Mecklenburg-Vorpommern in einem Streifen quasi. Das Regengebiet kommt nach diesem Lauf nicht wirklich weiter nach Südosten voran, nur ganz, 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 ganz langsam. Das heißt, es kann an Ort und Stelle ziemlich viel Regen geben und wenn dann eben noch die Luft gefroren ist oder wir sogar noch Minusgrade haben am Boden sogar, dann kann es durchaus sein, dass es hier sehr, sehr glatt werden kann und wahrscheinlich dann auch wird. Aber wie genau die Lage da dann um diese Uhrzeit aktiv sein wird, das ist noch nicht ganz sicher. Es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass gar nicht so viel Blitzeis und Eisregen runterkommt, sondern eher am Anfang, im Vorfeld quasi noch einzelne Schneeschauer und das Ganze geht dann mehr und mehr in Regen über. Das ist möglich, dass es hier und da mal natürlich den einen oder anderen Eisregen, Blitzeisregenschauer geben wird. Aber der große Wurf wird es wohl nicht sein. Und im weiteren Verlauf dann Richtung frühe Morgenstunden, Richtung Vormittag 9 Uhr. Da könnte man dann sagen, dass sich das Gebiet langsam sogar auflöst und gar nicht weiterkommt. Also es ist hier wirklich eine Linie, die dann hier stehen bleibt. Es wird tatsächlich mehr in Schnee am Ende auch übergehen, aber es ist wirklich nichts Dramatisches, vor allem nicht weiter südöstlich. Da würde ich behaupten, da kriegen wir gar nichts von mit Richtung. Also gerade so im äußersten Nordwesten, das ist eigentlich so Linie und dann alles, was im Nordwesten ist, kriegt was ab. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch noch ein bisschen Hessen, mehr oder weniger Rheinland-Pfalz auch noch. Aber ansonsten, alles was südöstlich davon ist, bleibt verstohlen und hat damit eigentlich überhaupt nichts am Hut. Gut, das Icon D2-Modell, das ist also nochmal das hoch aufgelöstere Icon-Modell, sieht dementsprechend tatsächlich auch eine kleine Änderung, die das Icon so nicht gesehen hat. Und wir sehen hier diese roten Krisselchen, diese Linien und die zeigen eben an, dass wir hier mit Straßenglätte verbreitet zu rechnen haben, weil hier eben Eisregen bzw. Blitzeis fallen und sich bilden kann. Denn durchaus im Vorfeld, alles was blau ist, ist Schnee, alles was da hinten grün ist, ist Regen. Dementsprechend ja, hier kann es durchaus mal so eine kleine Linie geben, die Blitzeis vorhersagen kann oder vorhersagen wird, dass es das dort geben wird. Aber auch das ist aktuell mehr als unsicher, da müssen wir noch drauf achten. Aber wenn wir mal den Niederschlag angucken, wir gucken uns den 1-Stunden-Niederschlag an bis quasi morgens, da sehen wir, dass wir in diesem Streifen eine Niederschlagswahrscheinlichkeit haben. Davor ist auch Niederschlagswahrscheinlichkeit, aber eben das ist schon durch. Das meiste ist eben hier jetzt gerade zwischen 6 und 7 Uhr am Start. Und hier kann es eben, wenn wir nochmal auf die Temperaturen gucken, Achtung, passt auf, merkt euch, wo der schraffierte Bereich hier ist. Jetzt Achtung, die Temperaturen in 2 Metern Höhe, die zeigen dann doch auch hier bis 0 bzw. minus 1 Grad. Gerade da, wo die Grenze ist, da kann es mehr oder weniger zu Glatteis kommen. Und auch zu Eisregen. So, das war das Thema für Donnerstag bzw. für Mittwochabend. Da schauen wir morgen, wenn sich was ändern sollte, nochmal genauer rauf. Ansonsten, das Thema ist jetzt nicht so unfassbar relevant. Es wird zwar was kommen, aber nicht der große Wurf werden. Es wird gefährlich, natürlich, das ist es eigentlich immer in so einer Lage. Aber es gab schon deutlich, deutlich ausgeprägtere und gefährlichere Lagen als das. So, einmal kurz durchatmen. Und jetzt haben wir die neue Wetterlage für Montag, dem 30. Januar. Und da sehen wir eigentlich quasi, wir sind auf einer Rückseite. Das wollte ich euch mal zeigen. Wir haben hier quasi eine Tiefrückseite. Hier ist das Tief über der Ostsee. Und mit einer Rückseite kriegen wir eine nördliche bis nordwestliche Strömung mit bis zu minus 5 bzw. minus 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Das ist relativ kalt, bringt aber nicht viel, vor allem kein Schnee, zumindest nicht längerfristig, vielleicht mal ein kurzer Schneeschauer. Aber das wäre kein Flachlandwinter. Der nächste Schub würde dann direkt kommen am 1. Februar, zwei Tage später. Wieder ein Tief über der Ostsee mit Rückseitenwetter, Nord- bis Nordwestlage. Und da hätten wir sogar die minus 10er, wenn man mal ranzoomen würde, hier Richtung Schleswig-Holstein, die minus 10er. Aber ansonsten unter minus 10 Grad, dann wären wir so zwischen minus 5 und minus 10 Grad meistens. Das wäre dann ein bisschen kälter, aber auch hier würde es wohl nichts Großes bringen. Vielleicht mal den ein oder anderen Schneeschauer, aber wohl auch keine große Einwinterung. Vor allem nicht lange, weil die nächste Front würde kommen und würde uns hier aus Westen dann die kalte Luft verdrängen. Also wir haben immer wieder quasi Streifschüsse in der nächsten Zeit von etwas kälterer Luft. Aber eben halt im Vorfeld auch eben immer die mildere Luft, denn ein Tief hat ja immer eine Vorder- und eine Rückseite. Und in der Vorderseite gibt es meistens dann eben die wärme Luft auf der Rückseite, denn die kalte Luft. So und was wäre am 7. Februar nach dem amerikanischen GFS-Modell? Das ist nämlich eine gute Frage. Aktuell, und das sah es gestern auch schon so ein bisschen so, und das verdichtet sich aktuell die Anzeichen, dass wir hier über Grönland und über Island und über Neufundland die größte Kaltluftansammlung haben werden. Ja, zugunsten unseres Winters, würde ich mal sagen. Also wir haben kein richtiges Winterwetter mehr zu erwarten. Ganz im Gegenteil, wir haben eher mehr Sturm, mehr Regen und mehr milde Temperaturen mit zurecht, denn gerade im Februar. Da kommen wir gleich nochmal zu. Der Polarwippel ist auch eine interessante Sache. Da kommen wir dann nochmal zu, aber das später dann gleich. Wir haben jetzt hier erstmal eine unfassbare Süd- bis Südwestlage und, ja, beziehungsweise Südwest- bis Westlage mit sehr viel Wind. Die Isobaren sind sehr, sehr gedrängt, heißt also wirklich sehr viel Wind. Wenn wir hier ein Tiefdrucksystem haben, jetzt haben wir ein sehr ausgeprägtes Tiefdrucksystem sogar, dann wird die NAU sehr, sehr positiv sein. Kleiner Spoiler, sie ist es auch aktuell und auch gleich in der Prognose, sie wird positiv sein. Und das spricht eigentlich dafür, dass diese Variante gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass wir vielleicht eventuell sogar den Februar 2022 beim letzten Jahr 2.0 bekommen. Mit einem, kennt ihr vielleicht noch, wisst ihr vielleicht noch, dass wir da sehr viel Wind hatten und eine sehr ausgeprägte Westlage zumindest für diesen einen Monat hatten. Das kann ich mir also dementsprechend auch vorstellen, aufgrund dessen, dass der Polarwippel momentan so aussieht, wie er eben aussieht. Das würde Temperaturen von bis zu 10, vielleicht sogar 11 Grad im äußersten Westen bringen, in dieser Lage, dieser Tag, den wir gerade gesehen haben, am 7. Februar. Und das hätte natürlich überhaupt nichts mit Winter zu tun. So, der Polarwippel, eben angesprochen, jetzt ist er hier. Das ist der Hauptlauf vom amerikanischen GFS-Modell. Und da sehen wir quasi für den 9. Februar einen Polarwippel. Ja, er ist sehr, sehr klein. Er müsste normalerweise viel, viel ausgeprägter sein, viel, viel kälter im Kern und auch viel, viel größer. Also, es ist quasi ein Baby-Polarwippel, aber es ist eben kein Final Warming. Der Polarwippel existiert noch und auch im Mittel existiert er noch mit minus 64 Grad im Mittel, im Kern. Das ist also immer noch sehr kalt und er existiert. Er dreht sich noch. Es ist kein Final Warming. Es ist keine Polarwippel-Auflösung, denn das wurde von dem Modell erst wegberechnet. Das war eine sehr, sehr, sehr knappe Kiste, muss man sagen. Ich dachte wirklich, es kann funktionieren mit dem Final Warming, aber es wollte nicht. Und eventuell haben wir noch eine Chance Mitte Februar. Ich würde aber sagen, da die Warmings aktuell aufhören im Polarwippel, ich sehe da ehrlich gesagt nicht so große Chancen, dass es diesen Winter passiert. Denn eventuell nächsten Winter. Denn dann wäre es jetzt der zweite Winter in Folge, der dritte Winter so, glaube ich, in Folge. Bin mir nicht ganz sicher. Zweite, dritte Winter. Wo wir eben kein Major Warming hatten oder auch kein Final Warming. Das heißt, ein Major bzw. Final Warming wäre nächsten Winter mehr als überfällig als sowieso schon. Das dazu. Und eventuell wird der nächsten Winter auch die KUBO Ost wiedergreifen. Also die quasi biniale Oszillation Ost. Die Winde drehen sich dann quasi von Ost nach West. Somit also ein Polarwürbel, der anfälliger ist für Störungen und auch bei uns für Ost- und Nordostlagen. Mal gucken, ob das dann nächstes Jahr so eintritt. Wir haben erstmal noch die Zonalwinde im Vergleich. Das ist jetzt das amerikanische GFS-Modell. Und da sehen wir links für eine Zonalwindumkehr, also für ein Major Warming, müssten die Zonalwinde bis unter Null gehen. Also quasi bis in den Minusbereich. Weil dann drehen sie sich halt quasi um. Wir sehen hier, es gibt nicht einen einzigen Lauf, nicht mal einen Nebenlauf, der unter diese Null-Zonalwindgrenze geht. In 10 Hektopascal Höhe, also da oben, wo der stratosphärische Polarwürbel seine Kreise dreht. Es ist also nicht mal mehr im höchsten Stockwerk der Fall, dass dort eine Windumkehr stattfindet. Also wohl auch nicht und schon gar nicht am Boden weiter in der Troposphäre. So, dann haben wir aber noch die vom ECMWF-Modell, die Zonalwinde. Quasi das gleiche. Das ist das gleiche Ensemble quasi wie hier. Nur halt eben vom anderen Modell. Und ein bisschen anders dargestellt. Und wir sehen hier also quasi auch, da geht das Mittel gerade mal auf die 10. Vielleicht einer will fast auf 5 gehen, auf die Windstärke 5 kmh. Aber das ist im Prinzip mehr oder weniger zu vernachlässigen. Die meisten spielen sich so um den 10er-Bereich ab. Das heißt, hier auch keine Windumkehr vorhanden. Und zu sehen auch im weiteren Verlauf nicht. Aber es gibt hier doch deutliche Ausreißer nach unten. Die sehen sogar eine sehr, sehr starke Windumkehr. Teilweise dann ab Mitte des Monats. Muss man darauf achten, ob das dann eventuell kommt. Und ob das überhaupt noch Auswirkungen haben kann auf unseren Winter. Weil dann wäre es ja auch schon mit den Auswirkungen im März. Und dann wäre es teilweise auch schon vielleicht zu spät für Flachlandwinter. Vor allem aufgrund des Sonnenstandes. Da muss schon eine ordentlich kalte Luftmasse kommen, damit wir da nochmal Dauerfrost haben könnten im ganzen Land. Und das ist also echt unwahrscheinlich aktuell. Dann haben wir noch den aktuellen AO- und NAO-Index. Ich sage es nochmal gerne dazu. NAO-Index ist der nordatlantische Oszillationsindex. Heißt mit anderen Worten, dass Druckgebilde, wie wir gerade gesehen haben, in den GFS-Karten Richtung Grönland, Island und Nordatlantik. Also wenn dort eben Tiefdruck herrscht, wie wir gerade gesehen haben, dann ist dieser Index meistens positiv. Und er wird positiv und wird noch positiver. Also er ist sehr positiv und bleibt auch positiv. Spricht also eben doch für diese Lage, die das amerikanische GFS-Modell gesehen hat. Aktuell möglicherweise, dass wir da denn in eine Sturmlage kommen sollten. So in der ersten Februar-Dekade. Und auch der AO-Index ist wieder positiver und bleibt auch positiv. Das heißt, der troposphärische Polarwirbel, die Zirkulation, ist wohl eher gestärkt und nicht am Strugglen, könnte man sagen, auf Neudeutsch. Sondern ist eher wirklich gestärkt und nicht gestört, sodass am Ende bei uns eigentlich keine Kälte ankommen kann. Dann haben wir noch das NOAA-Modell. Das wollte ich mit reinbringen. Warum? Weil das Modell doch die ganze Zeit für den Februar diese Temperaturen sieht. Nämlich viel zu warme Temperaturen natürlich wie immer eigentlich. Aber es könnte durchaus auch hier stimmen. Wie auch schon im Januar. Und vor allem, warum es stimmen könnte, warum ich es reingenommen habe, ist die Niederschlagsprognose. Weil auch die sehe ich aktuell als sehr wahrscheinlich an aufgrund der Karten, aufgrund der NAO-Indexe, die die letzten Tage auch schon gekommen sind. Wir haben hier nämlich immer wieder Tiefdruckausläufer, die wir haben. Das heißt, wir haben immer wieder eine West- bis Südwestlage. Und bei uns in Mitteleuropa, Nordeuropa und auch in Westeuropa ist es wohl so, dass es viel zu nass werden soll. Laut dem NOAA-Modell. Und das würde eben doch für diese West- bzw. Nordwest- oder auch Südwestlage sprechen. Das immer wieder tiefst reinrauschen mit Wind, mit Sturm und mit milden Temperaturen. Das würde ich also nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil. Es ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich aktuell. Was der Februar zumindest bis zur Hälfte mit uns vorhat, hat wenig mit Winter zu tun. Bis fast eigentlich gar nichts. Das war es heute. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Wir haben jetzt hier quasi nochmal ein schönes Abschlussbild. Diese Winters 2022, 2023. Ich muss sagen, der ist durchaus jetzt erstmal ein bisschen milder, also noch milder ausgefallen, als ich gedacht habe. Wie das Ganze einzuordnen ist, gerade auch mit der Hunga-Tonga-Eruption, die wir ja als Theorie aufgestellt haben, Anfang des Winters bzw. im März. Das verifizieren wir alles wirklich hoch und heilig versprochen am Ende des Winters, also Ende Februar. Weil bis dahin kann noch was passieren. Aber ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut in den Mittwoch. Passt auf bei der Eisregenlage, denn am Donnerstag bzw. am Mittwochabend und Donnerstag früh. Ansonsten, wer so gefallen hat, gerne ein Like da lassen, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren. Und bis dahin sehen wir uns. Tschüss und bis dahin.